Kaum ein Schwungfehler im Golf ist so unbeliebt wie die angezogenen Arme. Jeder Golfer möchte in diese so schöne Position im Durchschwung mit den geraden Armen kommen. Nicht nur sieht das natürlich sehr viel schöner aus und der Schläger wird auch sehr viel schneller schwingen, man wird den Ball auch konstanter treffen. Denn angezogene Arme bedeuten automatisch, dass der Schlägerkopf weg vom Boden kommt. Man wird also viele Bälle unten auf der Schlagfliehe treffen, sie gehen zu flach, sind nicht wiederholbar. Gleichzeitig werden wir auch aus dieser Perspektive den Schläger näher an den Körper bringen und du siehst es schon, viele Spitzentreffer erhalten, auch hier mit sehr viel weniger Energieübertragung. Die Problematik besteht leider darin, dass wir nicht einfach nur versuchen können, isoliert dieses Problem zu beheben, indem wir halt die Arme durchdrücken. Das wird einfach keinerlei Effekt haben, selbst wenn es sich so anfühlt, dass die Arme gerade sind, ist man dann immer erstaunt, dass die Arme doch angezogen sind. Man muss nämlich drei Bewegungen richtig machen, die gar nichts direkt mit den Armen zu tun haben, die aber die absolute Voraussetzung darstellen, dass die Arme überhaupt gerade sein können. Die gute Nachricht ist, wenn wir diese Bewegungen richtig machen, werden die Arme sogar automatisch sofort gerade. Spätestens der dritte Punkt wird einen absoluten Gamechanger für dich darstellen, denn diese Bewegung ist völlig konträr zu dem, was man intuitiv machen würde, um die Arme gerade zu bekommen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit diesem Video. Den folgenden drei Punkten muss erstmal ein übergeordnetes, ganz wichtiges Verständnis zugrunde liegen, nämlich die Tatsache, dass wir im Treffmoment nicht beide Arme komplett gerade haben wollen, tatsächlich. Wäre nämlich der rechte Arm komplett gerade, wird das automatisch bedeuten, du siehst es schon, dass wir die Handgelenkswinkel auch fälschlicherweise schon hier annähernd komplett freigegeben haben. Wir also einen Löffeln erzeugt haben, wenig Energieübertragung erhalten, Gefahr laufen fette oder dünne Treffer zu erzeugen. Tatsächlich ist es so, im Treffmoment ist der linke Arm relativ gerade und der rechte Arm ist im Prozess, sich zu strecken. Er ist aber definitiv noch einige Grad angewinkelt im Treffmoment und erst in den Durchschwung hinein, wenn der Schläger parallel zum Boden ist oder so ein kleines bisschen danach, erst in dieser Phase erhält der rechte Arm seine komplette Streckung. Das bedeutet, ich würde wirklich das Gefühl eben als ganz wichtig beschreiben, nicht im Treffmoment gerade Arme haben zu wollen, sondern in dieser Position gerade Arme haben zu wollen. Die erste wichtige Voraussetzung ist, dass wir im Durchschwung genügend Körperrotation haben, damit die Arme hier gerade sein können. Du siehst sofort, wenn ich mit meinem Körper zu wenig gedreht bin, habe ich keine Chance, die Arme gerade zu bekommen. Und das ist, was ich eingangs meinte. Wenn ich jetzt versuchen würde, die Arme gerade zu bekommen, durchzudrücken, minimal kriege ich es vielleicht mehr hin, aber du siehst, nicht annähernd genügend. Jetzt laufe ich nur große Gefahr, mich auch wirklich dauerhaft zu verletzen, Schmerzen in den Schulterbereich zu bekommen, in den Ellenbogenbereich. Das wollen wir natürlich auch unter allen Umständen vermeiden. Deswegen besprechen wir jetzt sofort, wie du das üben kannst, um in diese richtige Rotation reinzukommen. Als Referenz für die optimale Rotation nutzen wir die Endposition dieser Übung. Und zwar haben wir keine normale Endposition, sondern enden, wenn der rechte Arm parallel zum Boden ist im Durchschwung. Hier schon sollte es der Fall sein, dass beide Knie, die Gürtelschnalle und das Brustbein gerade zum Ziel zeigen. Wenn das der Fall ist, bist du optimal gedreht, sodass die Arme schön gerade bleiben können. Diese Endposition versuchst du erstmal aus einem normalen Setup heraus mit einem sehr kurzen Rückschwung zu erreichen. Erstmal ohne Ball und dann mit Ball. In beiden Fällen sollte es der Fall sein, dass du spürst, in der Treffphase und danach sogar noch beschleunigen zu können, obwohl du in dieser kurzen Endposition landest. Und diese Beschleunigung kommt eben aus der Rotation. Nicht aus den Händen, die bleiben relativ passiv, sondern ich habe das Gefühl, der Schlag, in Anführungszeichen, kommt aus der Körperdrehung. Ich habe dann eine wirklich hohe Körperspannung auch. Das fühlt sich sehr stabil, sehr gut an. Ich spüre, dass ich gar nichts groß machen muss, damit die Arme gerade bleiben. Und wenn dir das im Probe schon gut gelingt, versuchst du auch genau dieses Gefühl auf den Ball zu übertragen. Die zweite essentielle Voraussetzung ist neben einer Körperrotation auch ein Aufrichten, ein Strecken des Körpers im Durchschwung. Wenn ich mit meinem Körper gebeugt bleibe und jetzt versuchen würde, die Arme gerade zu bekommen, würde ich das Gleichgewicht nach vorne verlieren. Das wird der Körper natürlich niemals zulassen im Golfschwung und niemals die Arme strecken. Diese Streckung isoliert vorgemacht ist diese Bewegung. Ein Aufrichten des Körpers. Wir brauchen diese Bewegung generell für einen guten Rollschwung. Diese Bewegung hat aber eben vor allen Dingen auf das Strecken der Arme einen riesigen Einfluss. Du kannst dir diese Bewegung auch so vorstellen. Du möchtest es im Durchschwung schaffen, die Hüfte stark nach links in Richtung Ziel zu bekommen, das Gewicht voll links zu haben, ohne dass der Kopf auch mit nach links in Richtung Ziel geht, sondern im Verhältnis zur Hüfte möglichst weit hinten ist. Wir also in einer Hohlkreuzposition kommen. Ich mache diese Bewegung jetzt bewusst ein wenig extrem vor. Ganz so stark muss es nicht aussehen. Ich möchte es nur klarer machen. Und nur wenn ich den Körper so strecke, dann kann ich die Arme gerade bekommen. Wie du das schaffen kannst, besprechen wir jetzt in folgender Übung. Um die Streckung optimal spüren zu können, bitte ich dich, ein Schlägerhandtuch, genau wie ich es jetzt gerade gemacht habe, unter beiden Achseln einzuklemmen. Du drehst den Schläger um und platzierst das Griffende etwas rechts der Körpermitte. Jetzt wirst du den Schläger am Boden entlangfahren. Und die Aufgabe ist, den Griff so hoch wie möglich zu bringen, unter Beibehaltung des Handtuchs unter den Achseln. Ich darf die Arme also jetzt nicht lösen. Würde ich sie heben, käme ich natürlich höher, aber dann würde das Handtuch jetzt rausfallen. Das möchte ich nicht machen, damit ich die Übung gut weitermachen kann. Also Handtuch wird unter beiden Achseln eingeklemmt und nur wenn ich mich strecke, kommt der Schläger nach oben. Wenn ich gebeugt bliebe, dann siehst du, kommt der Schläger überhaupt nicht nach oben. Je mehr ich mich strecke, desto mehr kommt das Griffende nach oben. Als guter Checkpunkt ist mein Gewicht total links. Ich kann den rechten Fuß kurz abheben. Und ich kann jetzt aus meiner Sicht auch wahrnehmen, dass meine Hüfte, mein linker Hüftknochen, deutlich dem Ziel näher ist im Verhältnis zum Kopf. Immer wenn der Kopf nach vorne kommt, bin ich nicht gut gestreckt. Wenn die Hüfte mehr nach vorne kommt als der Kopf, dann bin ich gut gestreckt. Ich kann auch diese leichte Hohlkreuzposition wahrnehmen. Wie gesagt, ich mache die Streckung jetzt bewusst ein bisschen viel vor. Ganz so stark muss es nicht sein. Dann versuchen wir genau diese Bewegung auch ohne dem Handtuch aus einem Setup mit dem normalen Griff und kurzen Rückschwung zu erreichen als Probeschwung. Wir können jetzt sofort hier schon auch diese Checkpunkte mit der Drehung nochmal integrieren. Gürtelschnalle, Knie, Brust zum Ziel. Hohlkreuzposition, Gewicht links, rechter Fuß wird abgehoben, Hüfte mehr zum Ziel als der Kopf. Wenn dir das in den Probeschwungen gut gelingt, bitte auch hier Ball hinzufügen. Kurzer Rückschwung und weiterhin rechter Arm parallel zum Boden ist das Ende des Schwunges. Ich würde behaupten, Profis haben noch nie bewusst daran gearbeitet, die Arme nach vorne gerade zu bekommen. Und dennoch sind ihre Arme ein ums andere Mal im Durchschwung gerade. Der Grund ist, dass die geraden Arme das Produkt der richtigen Beschleunigung des Schlägerkopfes ist und nicht der isolierte Versuch einer Ästhetik zu folgen oder irgendeine isolierte Bewegung richtig zu machen. Und diese richtige Beschleunigung des Schlägerkopfes machen sie eben immer, weil sie spüren, nur so will der Schläger geschwungen werden. Diese richtige Beschleunigung des Schlägerkopfes ist die Tatsache, dass wir Fliehkräfte erzeugen, die dafür sorgen, dass der Schlägerkopf, man kann es wirklich sagen, in Richtung Ziel geschleudert wird. Und die Tatsache, dass der Schlägerkopf hier hinfliegen möchte in Richtung Ziel, zieht eben auch meine Arme lang nach vorne. Die Streckung des Oberkörpers, die ja den Oberkörper nach hinten bringt, das balanciert das eben aus, sodass ich ja nicht umfalle. Ich muss also überhaupt gar keine Kraft in die Arme geben. Die Arme werden wirklich lang gezogen, ist das viel bessere Bild, anstatt eine Kraft reinzugeben. Gerade der Versuch, eine Kraft in die Arme zu geben, um sie gerade zu bekommen, würde diese Fliehkräfte unterbinden und es wird eben genau nicht mehr klappen. Diese Fliehkräfte erzeugt man dann richtig, wenn man genügend dreht und streckt im Durchschwung und den Handgelenkswinkel richtig freigibt. Das wäre isoliert vorgemacht, diese Bewegung, dass also der kleine Finger dieser Seite des Unterarms näher kommt. Ich mache es nochmal in der Bewegung vor. Der linke Arm, der Schläger kommt in eine Linie, kleine Finger ist in diese Richtung, in Richtung Unterarm gekommen. Wenn ich das eben kombiniere, spüre ich so wirklich, wie der Schlägerkopf in diese Richtung fliegt. Und dieses Fliegen kann man eben dann gar nicht mehr unterbinden. Und das fühlt sich an wie ein Kontrollverlust, dass der Schläger ohne unsere Möglichkeit des Eingreifens nach vorne fliegt. Ein Profi würde beschreiben, das ist ja total klasse. Ich manipuliere den Schläger gar nicht mehr. Ich greife nicht mehr ein. Dadurch habe ich ja eine viel höhere Kontrolle. Und der Schlägerkopf wird sehr viel schneller. Ein Amateur würde häufig beschreiben, dass es mir irgendwie unheimlich ist. Ich spüre dann einen Kontrollverlust und gerade dieser Versuch, den Schläger dauerhaft zu kontrollieren, nie in einen Umstand zu kommen, wo der Schlägerkopf eine freie Bewegung machen darf, ohne unser Zutun nach vorne fliegen darf, das wird immer in angewinkelten Armen und in einer geringeren Schlägerkopfgeschwindigkeit münden. Wie du das richtig üben kannst, besprechen wir jetzt. Mir ist sehr wichtig, dass du in den Probeschungen jetzt wirklich spürst, welches Leben in den Schlägerkopf kommt, welche Kräfte der Schlägerkopf quasi entwickelt und die Arme lang nach vorne zieht. Ich will gar nicht, dass du so großen Fokus auf die Arme selbst hast, sondern wirklich auf diese Kombination aus der Streckung des Körpers, was wir gerade geübt haben, und diesem kraftvollen Freigeben der Handgelenkswinkel. Also diese Bewegung, welche du gerne auch nochmal isoliert üben kannst, um sie gleich im Probeschwung optimal umzusetzen. Dieses Entwinkeln kombiniere ich jetzt mit der kraftvollen Streckung des Körpers und habe den Fokus ganz deutlich in Richtung Ziel zu beschleunigen. Alles ist hierhin vom Fokus. Gar kein großer Rückschwung-Gedanke. Wir machen auch so einen sehr kurzen Rückschwung nur und jetzt habe ich das Gefühl, den Schlägerkopf wirklich freizugeben, die Handgelenke richtig dahin zu entwinkeln. Der linke Arm und der Schläger kommen in eine Linie, der kleine Finger kommt in Richtung des Unterarms und ich merke wirklich, wie ich den Griffdruck automatisch und intuitiv erhöhen muss, damit der Schläger nicht weg von mir fliegt. Weil er so stark dahin fliegt, muss ich eben relativ festhalten in den Händen. Das passiert automatisch, aber es ist gut, wenn du das spürst. Weniger Druck solltest du im Unterarm und im Oberarm spüren. Da muss ich weniger festhalten, das wird eben lang gezogen. Die Hände müssen halt festhalten, damit mir der Schläger nicht wegfliegt, weil der halt so eine hohe Trägheit entwickelt. Das hier. Wieder eher dieses kürzere Finish. Und wenn du diese Dynamik im Durchschwung, im Probeschwung wirklich gut erzeugen kannst, versuch das gerne auch sofort mit Ball umzusetzen. Und bei diesem kleinen Schwung, du siehst es jetzt, ich habe wirklich sehr schön den Handgelenkswinkel hier freigegeben. Ich bin wirklich selbst überrascht, wie weit dieser Ball gegangen ist, wie satt dieser Treffer war, wie weich der Treffer war. Und ich kann dir versprechen, keinerlei Spannung in den Armen. Und ohne das Video angeguckt zu haben, bin ich mir sicher, dass die Arme schön gerade sind, weil ich gespürt habe, wie schön ich mich gestreckt habe und wie gut ich diesen Handgelenkswinkel freigegeben habe, welche Kräfte im Schlägerkopf waren, die mich lang gezogen haben. Wenn du den dritten Punkt nun auch sehr gut mit den ersten beiden Punkten kombinieren kannst mit Ball, würde ich dich bitten, einen immer größer werdenden Rückschwung nun zu etablieren. Dabei empfehle ich dir trotzdem, vom Gefühl her in diesem Finish zu landen. Du wirst merken, je länger dein Rückschwung wird, desto länger wird auch automatisch dein Finish, selbst wenn du versuchst, hier zu enden. Allerdings wirst du merken, wie viel besser deine Armstruktur im Durchschwung aussieht, wie gerade sie sind und du überhaupt nicht an Geschwindigkeit einbüßt mit diesem gefühlt kürzeren Finish. Ganz im Gegenteil. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020